Auch wenn es draußen zur Zeit recht angenehm ist, nun noch kurz in die Sporthallen der Region. Die vorkländischen Regionalliga-Volleyballteams gingen mit Sieg und Niederlage aus dem Wochenende. Die Herren des VSV Oelsnitz erzielten beim SV Bad Düben mit einem 3 zu 2 den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Saison und reihen sich auf Platz 5 der Tabelle ein. Die Wildcats müssen beim Heimspiel gegen die LE-Wolleys mit 0 zu 3 und 43 zu 75 Punkten Lehrgeld bezahlen. Mit bisher vier Punkten behaupten die Reichenbacherinnen Platz 7 in der Tabelle. Die Ringer der WKG-Pausa-Blauen bleiben Tabellenführer in der Landesliga. Nach dem 24 zu 12 Sieg gegen Leipzig-Großlehner geht es im Spitzenduell am Samstag gegen die Zweite aus Greiz. Dann müssen die Schützlinge von Reuthorst zum Tabellenzweiten. Hingegen bekam Werdau gegen die Zweite aus Aue nichts auf die Matte und zog zu Hause mit 4 zu 29 den Kürzeren. Sie sind kommendes Wochenende kampffrei und müssen daher bis zum Start in die Rückrunde noch um ihren derzeitigen fünften Tabellenplatz bangen. Betreter, exfoliativ-Großau. Kann das ein weiterentwickelt werden. over dem 2 Sieg gegen den Kameras Ig poly了吧 Beutpa customer bis zum Start in die Löse 2000 Amanda violently Latinos angeln. gia habitsen ab apply für die預備. Sie sind mañana also seller für die Zeitung anzuschiene, Untertitelung des ZDF, 2020